Spiel das Spiel mit dem Krokodil, du bist ein Krokodok. Krokodok! Zieh dem Krokodil den Zahn, aber Vorsicht, sonst bist du selber dran. Gewonnen! Geh Krokodok! Krokodok, der Spielehit mit Biss. Guten Tag, ich bin der Krokodok, hallo, willkommen in meiner Klinik. Hier ist keiner froh, hier liegen sie die Opfer, selber zugerichtet. Haben ihre Vitalität mit Krokodil vernichtet, haben ihre Vitalität mit Krokodil vernichtet. Spielst du viel mit Krokodil, musst du zum Krokodok, Krokodok. Komm in die Klinik, hier geht immer viel, komm zum Krokodok, Krokodok. Manche wollen aufhören, das hat doch keinen Sinn. Probierst du einmal Krokodil, bist du eh bald hin. Mein Hobby ist das Amputieren, das mache ich sehr gern. Schön verfaulte Körperteile vom Konsument entfernen. Schön verfaulte Körperteile vom Konsument entfernen. Spielst du viel mit Krokodil, musst du zum Krokodok, Krokodok. Komm in die Klinik, hier geht immer viel, komm zum Krokodok, Krokodok. Die Rückfallquote ist hoch, die Sterbequote enorm. Krokodil hat die Eigenschaft, es bringt dich außer Form. Probierst du es mal aus, dann darfst du mich kennenlernen. Und mit etwas Glück, darf ich dein Bein entfernen. Und mit etwas Glück, darf ich dein Bein entfernen. Ich habe es immer noch. Du merkst hier auch. Spielst du viel mit Krokodil, machst du zum Krokodok, Krokodok. Komm in die Klinik, hier geht immer viel, komm zum Krokodok, Krokodok. Komm zum Krokodok, Krokodok. Vielen Dank.